Sie ist Spaniens bester Grund morgens aufzustehen. Die flachsblonde, topverdienende Laufsteggöttin. Es grüßt von Spaniens Costa Blanca auf Platz 16 der muy caliente Schmollmund Esther Canadas. Die fantastische Canadas schlug in die Fashion-Szene ein wie eine Bombe und schnell zierte sie die Titelseiten unzähliger Magazinen. In nur zwei Tagen New York absolvierte sie 20 Shootings und startete die neue Donna Karen Kampagne. Wo sie auch ihren Model-Kollegen und zukünftigen Ehemann Mark Vandelew kennenlernte. Die Ehe hielt nicht. Doch gab dies Canadas Karriere keinen Knick. Sie münzte ihren Schmollmund und ihren aufreizenden Gang um in bis zu 20.000 Dollar Tagesgage. In einer von verführerischen Frauen dominierten Industrie gibt es von Zeit zu Zeit Männer, die mithalten können. Und einer, der das kann, ist auf Platz 15. Der kernig markante Holländer Mark Vandelew. Das war's... Das war's... Das war's...